Hi Leute, ich bin's wieder, Bordevita. Und ja, in diesem Video rede ich mit euch. Ihr wundert euch ganz bestimmt, dass ich das hier auftrage. Ja, ich zeige euch was, das ich hier habe. Ja, das ist keine Sendung alleine. Ja, ja. Ja, und ja, dieses Ei hat mir aber geile Matrischen. Ihr kennt ihn auch nicht. Ich nenn die so. Einer meiner besten Freunde. Das ist mein Kamp. Das ist mein Kamp. Oh. Mein Schlüssel. Das ist immer, wenn ich zur Schule gehe. Das hier. Auch, ne? Ach, mein anderer Handy. Ja, ich habe zwei Handys. Ja, ich habe... Wie gesagt, ich habe... Wie gesagt, ich habe... Wie gesagt, ich habe... Wie gesagt, ich habe zwei Handys. Eine, mit denen ich es jetzt gerade aufnehme. Und das natürlich. Keine Nachricht. Und ich habe so ein langweiliges Spiel. Super Evil Quest. Mit der erste Level 3. Ich glaube, ihr kennt das, wo man diese Steine tauschen muss. Heutzutage gibt es ein High-Tech-Spieler. Wie Jungle Heat, Clash of Clans, andere Castle Clash. Minecraft, Minecraft, Redcraft, Babushka, der Babo-Spiel. Nein, gibt es nicht. Oder doch. Oh, du, 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 du. Wow. Und ja, jetzt habe ich noch natürlich nicht meine Handy-Nummer. Und ich habe Facebook. Da heißt es... Schreibe es mal in die Kommentare. Also in die Beschreibung. Ganz unten. Ganz unten. Ganz unten. Ganz unten, okay? Ganz unten. Ganz unten. Ganz unten. Hältst du es unten? Ganz unten. Ja, hältst du es? Ja, genau. Ich habe noch ein Spielzeug, Optimus Prime. Da sind seine Beine. Ihr wisst nicht, was ich alles mit ihnen angestellt habe. Na? Zuckerschnuppen? Nein. Zuckerschnuppen? 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 Ja, meine Hände nicht wieder runterholen. Wie immer, ist das Neues. Was soll ich noch? Ja, eigentlich war es das schon alles. Also schreibt in die Kommentare, was ich noch alles machen soll. Alleine und mit Norbert. Und hier. Oder mit Charlie. Nein. Nein, nein. Lass mal schnell. Und ich habe noch hoher Buba. Schleifwerbung, Achtung. Guck mal, wie wenig da noch drin ist. Das habe ich nicht alles. Wow, das war aber immer geil. Das habe ich nicht alles in einem Tag aufgefratzen. Nö, ich doch nicht, nein. Ja, ich hoffe, ihr abonniert mich mal. Und wenn ich einer meiner Freunde sehen soll. Verreckt. Genau du. Genau du. Ja, du. Jasin. Ihr Mann. Badiotis. Janik. Norbert. Ich werde euch sehen. Tschüss und Bye.